so also hätte ich nicht gern als rückendeckung im zweiten hallo und herzlich willkommen in der nächsten folge von tomb raider für jetzt hier den sprung schaffen und endlich das seil erreichen weiterhin fraglich aber sieht ganz gut aus haben wir geschafft dann hier einmal hier hochgeklettert dafür auch schon wieder hier am lager feuer jetzt haben wir uns da auch mal infos dran keine fähigkeitspunkte oder etwas hier bliegt es direkt aus dem untergrund damit wir merken da seilklemme verwenden sicherlich auch 400 kilo sie genug kontakt für die seilklemme ist feldbericht der expedition die monatelange ausgrabung hat zumindest neue informationen über die wetterphänomene gebracht die diese insel im griff haben in unserer ausgrabungsstätte an der küste haben wir das grab eines wichtigen generals aus der kamakura periode gefunden dieser fund ist das fehlende puzzelteil damit werden wir endlich die kontrolle über die stürme übernehmen die arbeit in den ruinen hat die uni alarmiert sie sind wütend wir müssen zum kloster zur ritualkammer dort wird über erfolg oder scheitern entschieden aus der kamakura periode dann wollen wir noch mal schnell gucken wo wir jetzt hier raus müssen die ruinen in der alten basis kontrolle über die stürme ich brauche antworten die ruinen alt und so da liegt loot da reinkommen hier bin ich eigentlich immer schwer für kuse weppeln auf geht's volk freigeschaltet eliquien nicht schlecht das ist ganz schön alt ich würde mich gerne in den kommentarhandel wissen lassen wie ihr das halt handhaben möchtet ich meine hier bei tombrainer und diesem tombrainer teil werden wir es halt noch so durchspielen das recht wenig gute gilt man eigener spielstil jetzt halt wäre gerade anbetracht dessen dass wir das ja auch jetzt brauche ich jetzt das zweitmal durchspiele aber bei den neuen teilen sollen wir da auch ein bisschen auf die linie gehen wie hättet ihr das gerne gerne alles sehen und sollen wir halt auch da das mitnehmen was wir quasi auf frau die finger kriegen aber jetzt nicht auf einmal pepfliger werden als der papst selbst ähm ich würde sagen da hier dass wir das habe ich nur noch raus zu kommen ach hier ist die raus ach hier durch das läuft hier sind wir durch hier sind wir durch ja gut ich finde auch cool dass die wand erst so nachgibt so ganz leicht dann komplett zerberstet das ist ein tempo zu präge ja nicht lesbar aber japan hat mitte des 19 jahrhunderts tausende davon hergestellt wird sich nur noch die frage so was in eine kiste packt wenn man davon tausende ja ich glaube ich werde es nachher beräumig mit mir speichern das lagerfeuer setzte ich will es gleich sagen Alex nicht dabei ist. Das ist der erleichterte Nachhauseweg. Der ist in der Umweltschutz. Unterhalb der Heißkottesmann. Vielleicht das perfekte Verstecknis des Bein. Das ist die Beine. Das ist die Beine. Die Beine. Das ist die Beine. Das ist die Beine. Die Beine. Die Beine. Das ist die Beine. Der Beine. Ich habe leider mehr Granaten gefressen als ich für aufsichtlich hatte, aber hey, ich habe mal die Granaten gedacht, ich habe da doch bald irgendwo die Position gesehen, da war noch Loot, das ist auch noch gut. Ich glaube, ich bin nicht wieder da. Ich glaube, ich bin nicht wieder da. Ich muss mir diese Katzen spielen, das ist ja schön. Da ist ein Schwein. Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes. Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Also ein Fisch. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinns Geschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle Reyes. Matthias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich, und das müssen wir einsehen. Sie hat Recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich geh nicht ohne dich. Ja, dann sehe ich es zum Forschungslabor hinaus. Ja, nichts leichter als das. Ich habe gerade eh nichts vor. Boden... Oh... 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 ... Jetzt... ... ... ... ... Okay. Diesmal dürfen wir jetzt hier lang laufen. Oh, 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 oh. Ich habe euch nur was anderes erwartet. Ich habe euch nur was anderes erwartet. Ich habe euch nur was anderes erwartet. Ich habe gespannt, was das für eine Anlage ist, um Wetterphänomene zu steuern. Ich habe euch das jetzt gerade in der Höhe, um etwas vorzufinden. Ich habe euch das gerade in der Höhe, um etwas vorzunehmen. Diese Insel ist mehr als ich erhofft hatte. Das ist ja fast so interessant, seine gespaltenen Zunge hier nachvollziehen zu können. Was ist das hier für now? Ich habe die Höhe, um etwas vorzunehmen. 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 Das ist sehr wichtig. Ich habe die Höhe, um etwas vorzunehmen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Oder weiß sie, dass das alles hält, wo die so dran jobbt? Auch weiß sie das nicht. Ich weiß nicht, was seinen Pfingst da reinsetzt. Hast du der OMS-Crew zugehört? Ja, die sagten ein paar Jungs sind zum Bergenrein und nie mehr rausgekommen. Die verarschen dich, Bruder. Die Mistkerle denken sich das aus. Glaub einfach nichts davon. Oh Gott. Das wurde schon aus. Glaubt das Aussie. Glaubst du, dass du so eine gute Ausdruck hast? Glaubst du, dass du so eine gute Ausdruck hast? Glaubst du? Glaubst du, dass du auch was? Glaubst du? Glaubst du alle an. Ah. Ah! What are you doing? Ich muss mal lesen. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kam die Oni zu ihr... Ah! so also er hätte ich nicht gerne als rückendeckung im zweiten sportbuch ich weiß nicht wie ich die anderen überreden soll damit landeinwärts zu fahren statt weg von der insel aber ich muss einen weg finden es wird ein problem sie will zurück zu ihrer tochter und sie trauert ich weiß immer noch nicht genau warum es ausgerechnet zählen aber das spielt auch keine rolle sie ist wieder bei uns in sicherheit explosive freude ja gewicht durchdringende feine land schüsse durch schlagen panzer und können mir wird ziele trifft der herrn es war auch die großen sachen 8 und 10 richtung gegeben das grab muss in den unteren ebenen sein der aufzug steckt könnte es auch mal anders sein ja ich muss irgendwie da durchkommen ja mal import ja mal import ok hier ist weiß angepinselt ich bin auf der richtigen spur ich muss den aufzug nun mit mir wucht nach unten befördern ja 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 dann Oh, come on. der steht jetzt schon vor dem loch einzige frage die damit kommt es ist ein leid geiler aufzug an einen sommer hat hält er noch dann hat man das Ich glaube, das hat funktioniert. Geht's? Na, lauf mal lieber rund und dann springe ich den Aufzugsschacht runter. Hey, ist da jemand? Oh Mann, scheiß Lobby. Was ist denn da für die Lacken, Martina? Oh Mann, Scheiß. Was ist denn da für die Lacken? Bruder, was ist passiert? Scheiße. Bruder, du bist tot, aber was ist passiert? Ich weiß nicht, ob 600 war das exklusiv. Irgendwas. Aber die haben wir verpasst. Das sieht ein bisschen krass aus. Würde ich sagen, Sorry. Würde ich sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich sage vielen lieben Dank für's zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.